Ja, ich habe hier ein bisschen eine eigenwillige Konstruktion, aber die brauche ich, um dir die EOS R8 von allen Seiten zu zeigen. Zumindest dann, wenn ich das Licht hier anmache. So, jetzt leuchtet das zwar ins Gesicht, aber es geht um die EOS R8 und nicht um mich. Ich kann sie von oben zeigen und ich kann sie dir von hinten zeigen. Und genau das brauche ich dafür, um dir zu zeigen, wie man die EOS R8 konfiguriert und vor allem, wie ich sie eingestellt habe. Also es ist jetzt kein Tutorial, wir gehen jetzt nicht alle Menüpunkte durch, sondern gehen wir schnell durch. Ich sage dir, was ich eingestellt habe und vor allem, wie ich die Tasten, wie ich das MyMenü und wie ich das QMenü für mich konfiguriert habe. Übrigens hat mir Fotomundus die EOS R8 für meine ganzen Chests zur Verfügung gestellt. Dabei hat mich die Kamera aber so begeistert, dass ich sie schlussendlich halt doch gekauft habe. Wenn du etwas kaufen möchtest, mit dem Gutscheckcode Mark10, gibt es 10 Euro Rabatt auf deinen Einkauf bei Fotomundus. Wenn du vom Kauf Beratung brauchst oder ein individuelles Angebot haben möchtest, kannst du natürlich auch direkt bei Fotomundus melden. Ich verlinke dir unten drunter einfach die Kontaktmöglichkeiten und die Infos zum Gutscheincode. Aber fangen wir an. Nummer 1, wir stellen die Kamera erstmal in den AV-Modus, denn ich habe wieder angefangen, oder das heißt, ich fotografiere schon lange im AV-Modus. Ich hatte zwischendrin mal den AV-Modus benutzt. Auch mit dem geht einfach nicht alles und schlussendlich bin ich eh nur mit Blenden Priorität unterwegs. Deshalb habe ich für mich gesagt, okay, ich mache AV-Modus und damit stellen wir alles ein. Damit sind auch die meisten Menüpunkte verfügbar und dann einschalten. Das kannst du entweder auf Lock, kommt bei mir aufs Gleiche raus, oder auf On. Den Lock-Schalter können wir gleich mal konfigurieren. Dann weißt du, wieso das bei mir aufs Gleiche rauskommt. Das gibt es da hinten irgendwo. Da haben wir es doch. Multifunktionssperre. Und zwar kannst du da sagen, welche Sachen gesperrt werden sollen. Also zum Beispiel sagen wir, soll der Touchscreen gesperrt werden. Wenn man auf Lock stellt, machen wir OK. So, guck, jetzt geht der Touchscreen. Dann siehst du auch gleich, wie ich mich hier filme. Und wenn wir jetzt auf Lock stellen, dann steht hier unten Lock. Oder steht auch nicht da, doch steht Lock. Und Touchscreen geht nicht. Ich möchte auch, dass alles geht. Deshalb habe ich bei mir auch einfach alles aus. Ach so, jetzt habe ich ja das MyMenü so eingestellt, dass er immer das MyMenü anmacht. So, eine normale Anzeige. Das können wir nachher wieder zurückstellen. Das ist auch ganz cool. So, deshalb habe ich hier alles aus. Das heißt, Lock und On funktioniert bei mir genau identisch. Aber ich würde sagen, fangen wir vorne an. Das wollte ich jetzt nur kurz zeigen. Lock und On funktioniert identisch. So, einmal vorne Bildqualität. Ich mache C-Raw, also komprimiert das Raw. Ich sehe keinen Unterschied zum normalen Raw. Vielmehr ist bei mir eher so, dass ich immer mal wieder JPEG mache und denke, ich reiche nicht in JPEGs. Aber dann, ich bin halt so ein Pixelschubser und deshalb mache ich doch Raw. Wobei, na gut, Dual Pixel auch aus. Zeichenverhältnis voll. Ja, hier, das ist in meinem Menü. Das ist belichtungsfrei. Wobei, das muss man bei der 8 eigentlich nie machen. ISO-Empfindlichkeit ist auch in meinem Menü. Also da habe ich gar nichts umgestellt. HDRPQ ist bei mir aus. HDR-Modus ist aus. Automatische Belichtungsoptimierung ist bei mir aus. Aus dieser ganzen Firlefanz-Tonwertpriorität habe ich einfach alles aus. Brauchen wir alles nicht mehr. Anti-Flacker habe ich aus. Dann Blitz habe ich nicht. Mess-Methode habe ich bei mir. Die Mehrfeldmessung. Weißabgleich ganz normal. Automatisch Weißabgleich. Bildstil. Feindetail. Der standardmäßig auf Auto. Ich habe auch Feindetail. Und die Standard-Einstellung Klarheit. Weiß ich, wie es ist. Kreativfilter ist aus. Objektiv. Aberrationskorrektur. Ich glaube, die Verzeihungskorrektur, die habe ich, glaube ich, extra angemacht. Weil ich mich frage, warum die überhaupt aus ist. Wobei, wenn ich RAW fotografieren müsste, ist es auch egal sein. Weiß ich nicht so genau. Und hier gibt es irgendwie zwei Stufen. Das sagt er, wenn man hoch macht, dauert die Verarbeitung länger. Und ja, habe ich einfach so gelassen, wie es ist. Dann Rauschreduzungen bei Langzeitbelichtung. Ist bei mir generell aus. Das ist, dass er noch eine zweite Belichtung macht. Mit geschlossenem Verschluss. Um zu gucken, ob er irgendwelche Hotpixels hat. Das ist Standard. Rauschreduzierung. Wobei, ich weiß gar nicht, was sich aufs RAW überhaupt auswirkt. Staubelöschungsdaten. Habe ich noch nie gemacht. Mehrfachbelichtung. Ja klar, aus. Ich will nicht immer mehrfachbelichtungen machen. RAW Burst Modus aus. Focus Bracketing aus. Betriebsart. Einzelbild. Erstmal. Na, wie komme ich jetzt zurück? So, Intervalltimer aus. Langzeit können wir nicht machen, weil kein Movie Modus. Leise Auslöser aus. Erster Verschluss. Standardmäßig. Ohne Karten auslösen. Ohne Karte habe ich an. Wobei, bringt eigentlich auch nichts. Dann Bildstabilisator. Ups. Der müsste eigentlich an sein. Das ist, wenn ich im Foto Modus Videos aufnehme. In der Regel steht die dann nicht auf dem Stativ. Deshalb macht man ihn an. Wobei, man kann ihn im Videomodus auch noch auf erweitert stellen. Keine Ahnung, warum man das im Foto Modus nicht kann. Schnell Einstellmenü anpassen. Machen wir gleich. Touchauslöser deaktiviert. Bildrückschau ist bei mir auf zwei Sekunden. Und zwar kann man sagen, im Sucher auch anzeigen. Ja, möchte ich. Also das heißt, wenn du ein Foto machst, wird es zwei Sekunden lang angezeigt. Und zwar auch im Sucher und auf dem Display. Kannst du. Messtimer ist, dass er die Werte unten anzeigt. Also wenn du hier irgendwie was klickst, zack. Na, weiß gar nicht. Da unten, glaube ich. Weiß nicht. Standardeinstellung. Simulation. Das kannst du im Sucher schon machen. Dass er also Belichtung und Schärfe einstellt. Dass er nur die Belichtung einstellt. Und erst, wenn du den Auslöser drückst, die Schärfe einstellt. Oder dass du mit Auslöser-Halbdrücken quasi eine, na, wie heißt sie? Abblendtasche. Also quasi eine Abblendtasche. Wobei so richtig funktioniert das nicht. Weil er sagt, er simuliert das nur. Und ich, ja, also ich habe die Standardeinstellung. Also ich habe nur die Belichtung. Ich muss die schärfen, die das Reiten, wenn du das Foto gemacht hast. Dann gibt es optische Supersimulation. Da steht seine natürliche Ansicht im Sucher. Oder auf dem Bildschirm bei der Fotoaufnahme. Anzeigen und unterscheidet sich von der Aufnahme. Aha, keine Ahnung. Was das ist, ist bei mir aus. Ich will so wie immer Anzeigeninfo. Kann man immer einstellen, was angezeigt werden soll. Und zwar habe ich hier, also diese Dinger, da habe ich immer alles an. Das sind, wenn du hier auf Info klickst, was hier so kommt. Dann kann man beim Sucher, kann man einstellen, was da drin sein soll. Habe ich genauso auch alles an. Dann Sucherwertanzahl. Was war das? Ach so, Suchervertikal anzeigen. Das ist, wenn man ihn in den Hochkant stellt, glaube ich, dass er dann anders anzieht. Dann habe ich Gitternetz, 3x3. Kannst du hier auch ausschalten. Also siehst du, ich habe hier das Gitternetz drauf. Sucher-Anzeige-Format. Hier war noch gar nicht drin. Hier ist mein Histogramm. Kann man Helligkeit oder RGB. Ich habe Helligkeit und ich habe Klein. Das ist hier, da oben das Histogramm. Wenn du das auf Groß stellst, dann ist es halt groß. Aber das muss ja nicht sein. Nimmt einfach viel zu viel Platz weg. Deshalb ist es bei mir klein. So, Objektiv-Info-Anzeige im MF-Modus. 1,5 Meter. Keine Ahnung, was ist es? Ja, Brennweide-Anzeige. Deaktiviert. Ja, den muss ich nicht wissen, dass er dem Display anzeigt. Dann Sucher-Anzeige-Format. Kannst du ja nur machen, dass das ganze Bild macht. Oder dass es einen schwarzen Rahmen macht. Und unten die Infos. Weil ich halt eine Brille habe, sehe ich nicht so richtig das ganze Bild. Deshalb habe ich das bei mir auf Anzeige 2 gemacht. Mit einem schwarzen Rahmen. Anzeigeleistung kannst du flüssig oder stromsparend machen. Das ist, glaube ich, auch von Sucher. Ich bin zu blind erfüllen. Da habe ich den Unterschied zu sehen. Deshalb habe ich das stromsparende. Dann Movie-Aufnahmegröße habe ich im Foto-Modus 4K30. Tonaufnahme manuell. Aufnahmepegel muss ich dann halt entsprechend einstellen. Je nachdem, was für ein Mikro ich habe. Wie weit ich vom Mikro weg bin. Windfilter habe ich deaktiviert. Audio-Rauschreduzierung habe ich auch deaktiviert. ISO-Empfindigkeit-Einstellung. Was kann ich da machen? Max für Auto. Okay. Ach, das ist schon das Film. Okay. Gut. Langzeitautomatik ist bei mir an. Das heißt, dass er die Framerate drosselt, wenn es zu dunkel wird. Dann Auslöserfunktion für Movie. Messung plus Servo-AF. Das ist halb drücken. Was weiß ich. Das ist... Weiß ich nicht. Dann AF-Betrieb. In der Regel Servo-Bereich. Da habe ich mir so einen definiert. Wobei es kommt darauf an, was man gerade macht. Also hier habe ich die flexible Zone oder ich habe den gesamten Bereich meistens. Dann nachgeführt. Das heißt, wenn ich... Warte mal, guck mal, kann ich doch zeigen. Ich mache hier... Na, bin ich zu nah dran, kriegt er nicht scharf. Kann ich dir doch nicht zeigen. Doch, hier. So, guck, jetzt führt er den hier nach. Und wenn ich... So, guck, ich mache mal den Bereich... Mache mal einfach so diese Zone da oben. Ah, ne, das war gerade falsch. Ich muss ja diese Zone auswählen. Denn du siehst, ich habe hier oben jetzt so ein kleines Kästchen. Und in diesem Bereich soll er nur fokussieren. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Finger reinhalte, ich hoffe, das funktioniert, ja. Dann geht er trotzdem über das Ganze, über den ganzen Bereich nach, weil das eben hier aktiviert ist. Man kann es auch hier im FN-Menü... Hier heißt es ja Q-Menü. In dem kann man es auch machen, indem ich hier einfach Info-Klick aktivieren, deaktivieren. Mal deaktivieren, das ist dann das gleiche wie hier, ist auch deaktiviert. Wenn ich jetzt hier meinen Finger nehme... Na, das kriegt er ihn gar nicht. Na, auf jeden Fall, dieser blaue Kasten, der bleibt dann eben nur in dem großen Fokusbereich, den ich gewählt habe. Das ist eigentlich ganz cool, weil so kann man sagen, ich möchte... Aber wir können es ja eigentlich auch viel besser machen, wir können... Hier machen wir Einzel-AF, machen den jetzt einfach mal schön in die Mitte, Finger drauf. Na, muss ich weiter weg. Kriegt er noch nicht. So, guck, jetzt ist er da schön drauf. Und jetzt aktivieren wir das. So, und jetzt kann ich ihn überall oder überall mitverfolgt haben. Okay, so sieht man es besser. Also, ich habe das in der Regel an, aber manchmal ist es auch besser, das auszuschalten. Aber wie gesagt, das geht ganz einfach hier im FN-Menü. Dann, äh, oder im Q-Menü. Ich bin irgendwie lost in Sony und Canon. Einfach auf Info klicken. Aber bei dem normalen Menü. Hier an, Motiv erkennen Personen, kann man auch schnell umstellen, wenn man es braucht. Augenerkennung deaktiviert, das habe ich bei mir da oben auf den Knopf gelegt, sodass ich schnell umstellen kann, aber dazu kommen wir noch. Nachgeführte Motive wechseln. Anfangspirotät einfach so, so wie es war. Fokussieren Modus AF oder MF kann man machen, bleibt drin. Hier habe ich Auto. Da habe ich überall die Standardeinstellung gelassen bei dem ganzen Ding, glaube ich, wie man hier durchgeht. Touch & Track ist aus. Das ist, dass ich über das Display fokussieren kann. Ich mache das hier hinten über dieses, über diesen Vier-Wege-Schalter. Das ist mir lieber, also deshalb brauche ich es da nicht. Dann AF begrenzen. Ah ja, okay, doch. Kommen wir hier ein bisschen was aus. Da kann ich diese Felder, die du gerade eben gesehen hast, die kann ich eben auswählen, welche ich möchte und welche nicht. Und die anderen brauche ich nicht, also habe ich sie einfach ausgemacht. Ich bin nicht real dafür, immer alles das wegzumachen, was man nicht braucht. Messfeldausrichtung, also das ist, wenn man die Kamera hochkant hält, ob dann das Messfeld sich dreht oder nicht. Ich glaube, Standardeinstellung weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe es so, dass es nicht dreht. Zur Erkennungsmotive eingrenzen. Ah, okay, das sind auch alles an, also was er erkennen kann. Links-Rechts-Auge-Erkennung, das ist auch da oben bei mir. Darüber zu schalten. Fokusbiegung habe ich aus, wobei das könnte man eigentlich aktivieren. Aber habe ich jetzt halt nicht. Also das brauche ich eh nur beim manuellen Fokussieren. Fokus-Assistent, genauso brauche ich auch beim manuellen Fokussieren. Movie Zero AF. Ja, klar, das ist aktiviert. Also Nachführung bei Videos, dann immer Electronic MF. Ich glaube, das ist irgendwas, wenn du irgendwie elektronische Dinger oder sowas, objektiv Electronic MF. Achso, nee, das ist, guck mal, wenn ich so, sondern da sieht man es am besten. Das ist, wenn man hier auf One-Shot geht. One-Shot, ich fokussiere irgendwas. Und wenn ich dann am Objektivring drehe, dann gebe ich einen manuellen Fokus. So kann ich also beides machen. Aber, hast du gesehen, ist bei mir aus Fokusringdrehrichtung gut. RF Objektiv MS Fokusring empfinden. Achso, wie empfinde ich der Fokusring? Ja gut. Hier dieses, dieses, äh, Dings kenne ich überhaupt nicht. Dieses Wiedergabenmenü, ich benutze da nichts. Wobei gut, was vielleicht ganz witzig sein könnte, ist der Kreativassistent. Wenn du irgendein Foto hast, zum Beispiel dieses hier, das überhaupt nichts anzeigt, dann kann man da ein bisschen, ja, jetzt guck mal, jetzt kriege ich, dann kann man da ein paar Sachen einstellen. Ein paar Farben machen und so und quasi es minimal bearbeiten. Das ist sowas wie im Automatikmodus, äh, da gibt es es auch, aber besser, man macht es im Nachhinein. Gut, also so ist Wiedergabenmenü schnell durch, dann genauso das Verbindungsmenü, gut, ist bei mir mit dem Smartphone verbunden, das, das geht eigentlich ganz einfach mit der App. Äh, image.com, habe ich bis jetzt noch nicht eingerichtet hier. Erweiterte Verbindung, habe auch nichts gemacht, WLAN, alles an, also das, äh, dann GPS-Einstellung als Smartphone, das mit, wenn du mit dem Smartphone verbunden bist, dass du die GPS-Daten eben in den Bildern hast. So, dann hier Einstellungen, kannst du Ordner wählen, Datei, bla bla bla, es wird alles schon viel zu lang, ähm, weiß gar nicht, ob das hier normal ist, dass er es überall immer drehen soll, Rotationsinfo hinzufügen, bei Videos habe ich auch, wobei ich eigentlich nie hoch kann, Videos mache, Daten, Uhrzeit, kannst du über Smartphone einstellen, Sprache, Deutsch. Dann Videosystem habe ich NTSC, weil du damit eben 30 Bilder die Sekunde machen kannst und 30 Bilder die Sekunde ist eben, das ist halt besser für YouTube, deshalb habe ich NTSC, wobei du halt aufpassen musst, wenn du mit künstlichen Lichtquellen filmst, dass es da nicht flackert, da filmen wir gerade ein. Ich filme mit einem Dreißigstel, nicht aufgepasst, ändere ich schnell. So, jetzt, wahrscheinlich hat der Globus die ganze Zeit geflimmert, aber so ist halt, wenn man die Kamera sonst nicht zum Heraufnehmen benutzt oder wenn man nicht das Custom-Menü nimmt, aber gut, hier können wir auch weitermachen, gut. Also, du musst aufpassen bei künstlichen Lichtquellen, dass es nicht flimmert, siehst du, was dann passiert oder man sieht zwar nicht. Hilfetexte, keine Ahnung, was Hilfetexte sind, Modusbeschreibung, das ist, glaube ich, du hier drehst, ja, okay, und da wird irgendwas auch der Hilfetext sein. Ach so, jetzt weiß ich, guck mal, die Hilfetexte sind, Hilfetexte klein, Textgröße, ah, okay, das ist, wenn ich, wo habe ich den Hilfetext? Da, Hilfe. Ah, da werden die Texte größer wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, okay. Na, hier, 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 so, als Hilfetextgröße klein bei mir, standardmäßig Erläuterung aktiv, keine Ahnung, Piepton aus, dass das Ding keinen Krach macht. Lautstärkeregler, ist deaktiviert, weiß ich nicht, Kopfhörer habe ich noch nie eingestellt, da kann ich eben die Lautstärke einstellen, dann Stromsparmodus, habe ich mir alles aus, aus, automatisch abschalten, nach einer Minute soll das Ding aussehen, wenn ich eine Minute an der Kamera nicht rumfummeln, dann kann es ja auch ausgehen. Und die ist so schnell wieder an, dass, dass ich keine anderen Stromspar-Sachen bei mir drin habe. Bildschirmsucheranzeige, hier habe ich jetzt nur Bildschirm, dass ich hier eben rumfummeln kann, weil sonst, wenn ich Auto habe, das heißt, er macht Bildschirm, ne, heißt es doch nicht, nur Bildschirm, ach, was weiß ich, auf jeden Fall, guck, das sind solche Umschalter, habe ich nicht, du kannst nur Sucher machen, bringen wir uns jetzt natürlich nichts, dann siehst du nichts. Das war jetzt natürlich super klug. Gut, Bildschirmhelligkeit habe ich bei mir eigentlich volle Lotte, wobei ich das jetzt für das Video heute runterstellen kann, auch das, ja, Sucherhelligkeit ist bei mir, Automatik funktioniert bei mir, Suche, Farbton, kannst du noch bla 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 einstellen, mache ich alles nicht. Hier habe ich dann, in den ganzen Dingern habe ich nichts mehr umgestellt, Touch-Steuerung, Standard, Multifunktionssperre hatten wir gerade am Anfang schon, Sensorreinigung, ja, beim Ausschalten solltest du machen, USB-Verbindungs-App wählen, was er da machen soll, habe ich auch noch nie gemacht. Kamera zurücksetzen, individuelle Aufnahmemodus, da haben wir ein bisschen was konfiguriert, das kann ich dir nachher gleich sagen. Netzgemerzimmer durch Akkuladung, bla bla bla, das sind alles Dinge, die kein Mensch braucht. So, jetzt sind wir bei den Einstellstufen, also ob du Blende oder Belichtungszeit in ein Drittel oder ein Halb einstellen willst, aber ich würde ein Drittel machen, sonst kommen da ganz komische Zahlen raus, wobei, keine Ahnung, manche wollen es auch bei ein Halb. Gleiche Sache bei ISO-Einstellung, Impfen, Ness, keine Ahnung, was es macht, automatische Bracketing-Ende, wenn, wahrscheinlich, wenn du ein Belichtungs-Bracketing machst, dass er dann aufhört, wobei ich gehe davon aus, dass er aufhört, weiß ich nicht, was er macht. Da kann ich machen, wie er es machen soll, ob er 0, dann erst die Minus, dann Plus, welche Reihenfolge er das Bracketing macht, keine Ahnung, warum das eine Reihenfolge haben muss, eine spezielle Anzahl, wie viel Belichtungsreihen er machen soll, also wie viele Aufnahmen, 3, 2, 5 oder 7. Safety Shift, da habe ich mal ein Video darüber gemacht, ich habe es auch schon wieder vergessen. Es geht einfach darum, dass er dich überstimmt, wenn das Bild unterbelicht oder überbelichtet wäre, ich habe es aber aus, in der Zwischenzeit. Selbe Belichtung für neue Blende, keine Ahnung, Messmethode AE AF in Fokus, weiß auch nicht, was das ist, Einstell-Verstoß-Zeit-Bereich, okay, da kann ich einstellen, das braucht man aber nicht. Der soll einfach die ganze Geschichte machen, Einstell-Blende-Bereich braucht man auch nicht, soll einfach die ganze Geschichte drin machen. Dann Richtung Drehrad, habe ich gelassen, so wie es ist, hier nächste Richtung Drehrad, beim Aufnahmen umschalten, bei Aufnahmen umschalten, deaktivieren, weiß ich gar nicht, was er da macht. Umschalten zwischen Funktionen, die dem Hauptwahlrad und dem Schnellwahlrad mit Wahlrädern anpassen, zugewiesen wurden. Aha, okay, keine Ahnung, man braucht ja nicht alles. Okay, Tasten anpassen, kommen wir gleich dazu, da habe ich natürlich eines gemacht, Wahlräder anpassen, habe ich scheinbar auch was gemacht, okay. Inweder Einstellungen löschen, machen wir jetzt nichts, sonst sind die weg. Schneidedaten hinzufügen, da geht es irgendwie um das Seitenverhältnis, also brauche ich nicht. Audiokompression habe ich ausgemacht, weiß auch nicht, warum das überhaupt drin ist, weil es so viel größer ist auch nicht. Dann, was gelöscht werden soll, ich habe einfach den Standard, keine Ahnung, da lösche nicht RAW und J, was weiß ich. Ich habe das Standard-Ding gelassen. Ohne Objektiv auslösen, bei mir an, wobei, wenn du manuelle Objektive hast, dann geht es oft nicht, wenn es aus ist. Deshalb anmachen, auch wenn Objektiv dran ist, also wenn er das sagt, dann kann ich auslösen, dann einfach das anschalten. Objektiv beim Abschalten einziehen, das ist wahrscheinlich, wenn du so ein Power-Zoom machst. Gibt es das für einen Canon überhaupt? Scheinbar. So, und dann hier wieder alles löschen. Und dann kommen wir schon zum My-Menü. Das My-Menü ist dazu da, dass du dir die wichtigen Punkte aus dem ganzen Menü, was wir jetzt durchgeklickt haben, weil ich dir eigentlich gar nicht alles zeigen wollte, dass ich die zusammenfassen kann, dass du die nicht immer durch dieses lange Ding durchquellen musst. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Schnelleinstell-Menü an. Das ist das Q-Menü, das ist, wo haben wir das? Hier haben wir es. Also bei Fotos haben wir das bei der Kamera 8. Dann kannst du hier Layout bearbeiten, Adjektiv zurücksetzen oder alle Elemente löschen, machen wir jetzt nicht. Layout bearbeiten. So, da kannst du auswählen, was rein soll und du kannst dann neu anordnen machen und kannst die Dinge einfach hier per Touch und Track hin und her ziehen, wie auf dem Smartphone. Machen wir jetzt alles nicht, weil ich es für mich schon eingestellt habe. Das Schnelleinstell-Menü ist das und das Q-Menü ist das, was eben kommt, wenn du hier auf diese Q-Set-Taste drückst. Und da kannst du eben schnell Dinge auswählen. Und jetzt, ich habe oben das Fokusfeld, wie gesagt, das habe ich begrenzt auf ein paar und dann kann ich eben die Sache aktivieren oder deaktivieren, dass es über den ganzen Bereich nachführt, wenn man was eingeloggt hat, egal wie das Fokusfeld ist oder dass es eben nur im ausgewählten Fokusfeld macht. Dann One-Shot, AI-Fokus oder Servo, also Nachführ-AF ist Servo, AI-Fokus heißt, er entscheidet es selber. Ich habe das mal eine Weile ausprobiert, im Prinzip kommt es fast aufs Gleiche raus wie Servo. Also er macht dann schon oft One-Shot, aber der Servo ist so gut, dass der auch nicht. Also ich habe in der Regel Servo drin. Dann hier, welches Motive er erkennen soll, kann man auch auf Automatik machen. Ich habe da in der Regel Personen drin, ehrlich gesagt, die Automatik habe ich noch gar nicht ausprobiert. Den können wir mal einstellen. C-Raw hat man schon, Bildqualität, Movie-Aufnahme, wenn ich im Fotomodus da oben auf den Movie-Aufnahmen-Knopf drücke, dann macht er 4K. Ja, 30, kann ich aber umstellen hier auf Full-HD oder auf irgendwas anderes halt. Dann habe ich hier die Bildschirmhelligkeit, aber hast du ja gesehen, die ist bei mir eh bei voll. Also keine Ahnung, ob ich das irgendwann brauche. Genauso wie leise Auslöser an oder aus, ob man das braucht, weiß ich auch nicht. Ich habe hier einfach reingelegt, weil ich noch Platz hatte und weil ich gedacht habe, kann ganz nützlich sein. Dann Weißabgleich ist in der Regel bei mir Auto, aber wenn man doch mal umstellen muss, ist der hier schnell greifbar. Und genauso wie hier, wenn ich doch mal auf einen manuellen Fokus gehen muss, ist der hier auch schnell greifbar. Das ist also mein Q-Menü. Dann gucken wir uns noch die Tastenbelegung an. Und zwar macht man das hier, also in diesem CFN-Menü, wie es heißt, Tasten anpassen. Und da habe ich halt einiges gemacht. Man kann das getrennt für Fotomodus, also je nachdem, ob du da oben auf Fotomodus stehst oder ob du auf Filmmodus stehst, kannst du das eben umstellen. Jetzt gehen wir einfach mal in Fotos-Modus durch, ganz normal Auslöser, der hier Standardfunktion. Bei mir halb runterdrücken, Autofokus, ganz durchdrücken, Fotoschießen. Dann Movie-Aufnahme auch gleich. MFN, der ist bei mir, um den Augen-Autofokus durchzuwechseln. Also aus, linkes Auge, rechtes Auge oder automatisch. AF-On, das ist für Backbutton-Fokus, nutze ich halt nicht. Deshalb kann ich da bei mir Serienbild auswählen oder Self-Auslöser. Der Stern ist bei mir Menü. Der Menü-Knopf ist hier, aber es ist einfach viel angenehmer, wenn man das hier drüben macht. Ich mag das einfach so und da verzichte ich lieber auf eine Taste. dass ich das hier hinlege. Dann habe ich hier AF-Feld zentrieren, damit AF-Feld verschieben. Q-Set ist gleich geblieben und dann am Objektiv habe ich nichts, deshalb habe ich da nichts eingestellt. Im Blitz habe ich auch nichts, deshalb habe ich da auch nichts eingestellt. Gehen wir mal zurück, dann zeigt er das. Also guck mal hier, wenn ich Objektiv-Fokus-Feld verschiebe, zeige ich natürlich das super kleine Fokus-Feld. So, nehmen wir einfach mal das hier, sieht man besser. Das hier verschieben geht mit der Taste, dann Menü geht mit der Taste. Hier mit dieser Taste kann ich eben Serienbild oder Selbst-Auslöser machen. Und zack, damit setze ich das Fokus-Feld wieder in die Mitte. Und da oben, diese MFN-Taste, eben wenn ich Augen-Auto-Fokus habe, Augenerkennung Auto, rechtes Auge, linkes Auge oder ganz aus. Kann ich da oben durchschalten. Das sind meine Einstellungen für Foto, oder? Was haben wir da noch? Doch, Wahlräder anpassen. Achso, Wahlräder anpassen. Okay, das sind die Standardeinstellungen da oben. Also wenn ich im AV-Modus bin, ist das da oben, guck mal, dann ist das hier die Blende. Genauso wie man es braucht. Und das ist da hinten die Belichtungskorrekt hier. ISO-Empfindigkeit habe ich in der Regel auf Automatik. Und wenn nicht, dann kann ich die... Achso, ich trottel hier. So, dann kann ich die hier einfach per Touch umstellen. Das reicht mir. Da brauche ich keinen extra Button und keinen extra Drehrad. Gut, ich könnte das Drehrad objektiv dafür benutzen. Aber ich bin wirklich die meiste Zeit auf Automatik. Und deshalb habe ich da nichts mehr dafür. Ja, so ist es, wenn wir in den Ferien sind. Kommt die ganze Zeit ein Kind, das was von einem will. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Bei den Drehrädern und bei der ISO-Empfindigkeit. Genau, was ich da noch gemacht habe, und das hatten wir vorher schon drin. Ich habe das MyMenü für mich konfiguriert. Und zwar so, dass er von vornherein das MyMenü mir anzeigen soll. Das heißt, wenn ich hier jetzt irgendwo rumtippe, so, und jetzt klicke ich auf Menü, bin ich wieder in MyMenü. Das ist natürlich dann gut, wenn du ganz normal mit der Kamera arbeitest. Aber natürlich dann doof, wenn du, so wie ich, gerade jemandem was zeigen möchtest, wie das funktioniert. Zum MyMenü. Ganz einfach kannst du dir die Registerkarten anlegen. Also hier, Registerkarte, MyMenü hinzufügen, löschen, alle Positionen löschen, bla bla bla. Und dann kannst du auf diesen Registerkarten da unten mit Konfiguration, zu registrieren Positionen will, gehst du halt das ganze Menü durch. Das ist ein bisschen aufwendig. Erstmal suchst du raus, was du in das MyMenü legen möchtest. Ich kann jetzt nichts mehr reinlegen auf diese Registerkarte, weil die bei mir schon voll ist. Hier, die ist auch voll. Gut, was habe ich hier? ISO-Empfindigkeit. Genau. Denn statt diese Empfindigkeit direkt anzugeben, mache ich oft, und deshalb habe ich das da drin, hier manuell, dass ich sage, also maximal ein 250 Stück, in dem Fall, belichten. Nicht länger, dass ich eben keine Bewegungsunschärfe habe, wenn ich irgendwas bewegendes habe. Kann man hier noch ein bisschen anders einstellen, aber dafür habe ich das drin. So, aber jetzt brauche ich es gar nicht, deshalb können wir es auf Automatik stellen. Hohe Bildrate, das ist für Movies. Dummerweise, das MyMenü ist nicht getrennt, wenn man da oben auf Movie oder auf Foto stellt. Movie beschneiden ist, dass ich im Crop-Modus filme, ist eben auch da. Raw Burst-Modus, dass ich halt ganz schnell irgendwie was durchballern kann, ist hier drin. ISO-IS-Bildstabilisator-Modus, das ist das, was wir vorher gemacht haben. Standardmäßig habe ich den ein, hier könnte ich den aber auch noch ausschalten, wenn ich unbedingt im Foto-Modus filmen möchte und Karte formatieren, das brauchen wir ja ständig. Deshalb ist es hier drin. Dann Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung. Also wenn ich meine Langzeitbelichtung mache und dann die Zeit habe, dass er noch eine zweite Belichtung mit geschlossenem Verschluss macht, dann mache ich das an, aber in der Regel bin ich zu faul, ich würde das alles aus. Intervall-Timer. Also um Timelapse jetzt aufzunehmen, Zeitraffer-Movie ist genau das gleiche, nur im Movie-Modus geht es dann und da kommt eben schon ein fertiger Zeitraffer raus, dann wenn ich eine Belichtungsreihe machen möchte, wobei das mache ich fast nicht mehr. Dann C-Log auch für Voraufnahmeeinstellung, nur für Movie-Modus. Keine Ahnung, wieso ist das hier drin? Muss mich verklickt haben. Mir ist noch nie aufgefallen, dass es hier drin ist. Gut, und dann habe ich noch, wie gesagt, ich bin die meiste Zeit im AV-Modus und dann habe ich einfach diesen Modus auch auf C1 konfiguriert. Das machst du hier, individuelle Aufnahmemodus und dann Einstellung registrieren, dann kannst du C1, C2 und das habe ich deshalb auf C1 konfiguriert, weil ich meine Filmeinstellung für Studio hier auch auf C1 habe. Und ich bin so faul und denke oft nicht darüber nach, dass ich die Kamera nehme, denke, oh, ich bin ja im Filmmodus, muss ich auf Foto-Modus stellen, dann stelle ich auf Foto-Modus und dann bin ich im falschen Modus. Deshalb habe ich einfach meinen AV-Modus auf C1 auch gestellt. Wo ich noch ein bisschen unentschlossen bin, man kann hier mal ein Auto-Aktualisier. Das heißt, wenn ich etwas anpasse, dass es dann gleich wieder in das C1 reinschreibt. Das habe ich aus, das heißt, er ist immer so, wie ich es einmal eingestellt habe. So soll er sein. So ist für die Studio-Geschichte, die ich gerade erzählt habe, um Videos hier drin aufzunehmen, ist natürlich super das. Soll er nichts umstellen. Also wenn ich was umstelle, soll er trotzdem immer wieder, wenn ich den C1-Modus aktiviere, in diesen Modus gehen. Gut, soviel zu Fotos. Wird halt doch ganz schön lang. Also stellen wir oben auf Videos um und bleiben einfach gleich in dem C1. Wobei, da habe ich auch gar nicht so viel geändert. Jetzt machen wir erstmal kurz hier das My-Menü wieder aus. Normale Anzeige, normale Anzeige, normale Anzeige, normale Anzeige. So, jetzt, komisch. So, Aufnahmegröße 4K, hohe Bildrate aus, Movi beschneiden, deaktiviert. Das sind alles Sachen manuell, digital, zum generell ausbringt ja nichts. Hier, HDR-PQ aus. Überall die Standardeinstellungen machen wir jetzt ein bisschen schneller hier durch. Da, Bildstabi-Modus. Also, ja, ich bin in dem C1, deshalb hier im Studio steht die Kamera auf dem Stativ, deshalb ist es da aus. Schnelleinstellen-Menü, gucken wir uns an. Zebra-Einstellungen, genau, Zebra-Farbein, Zebra-Einstellungen. Und da, gut, ich benutze Zebra kaum. Ich dachte ja auch echt, dass ich sie erhöht hätte, aber habe ich gar nicht erhöht. Na gut. Dann Anzeige-Info ist genau das Gleiche wie bei Fotos. Also, im Großen und Ganzen habe ich ja eigentlich alles gleich gelassen wie bei Fotos. Auch hier kann man Sachen einstellen, aber das ist alles bei mir die Grundeinstellung. Nein, nein, das stimmt gar nicht, überall die Grundeinstellung, denn nachgeführtes Motiv wechseln. Genau, Anfangspriorität. Also, er wechselt nicht so schnell, wenn er was anderes findet. Ich möchte einfach, dass er mehr auf dem Motiv bleibt. Das habe ich halt hier, wenn ich hier so rumhampel, dass er eher auf mir bleibt, anstatt irgendwas anderes zu nehmen. Aber da habe ich auch das Fokusfeld umgestellt. Gut, das sind die ganzen Geschichten hier, die sind alle gleich. Und dann, wie gesagt, C1 sind meine Studiogeschichten hier, wobei das kann man auch anders einstellen. Gucken wir uns das Q-Menü an. Hier wie bei, also es sieht fast gleich aus wie bei Fotos. Ich habe es auch so konfiguriert und so hingeschoben. Das ist ähnliches. Das ist halt tatsächlich ein anderes Q-Menü, aber ist gleich in meinem Menü. Also hier, Fokusfeld. Hier sprechen wir eben, das Fokusfeld ist der Rahmen da oben, wobei man sieht den gerade gar nicht. Na, ist egal, auf jeden Fall. Dann Personen erkennen oder was anderes erkennen. Motiv, bei mir Person. Audiopegel kann ich einstellen. Hier kann ich die Moviegröße ändern. Stabi, ja oder nein. Das heißt, muss ich auch gar nicht Menü machen. Bildschirmhältigkeit. Hier kann ich Zebras an- oder ausmachen. Das ist ein Blöd. Man muss da draufklicken und muss nochmal klicken. Dann denken wir mal, hä? Ich habe doch hier geklickt. Wieso ändert sich nichts? Aber gut, so ist es halt. Weißabgleich, hier im Studio habe ich Tageslicht an. Und dann kann ich noch machen, wie schnell der Autofokus reagieren soll. Aber in der Regel habe ich da die Standardversion. Das habe ich noch drin, um irgendwie mal ein bisschen zu experimentieren. Denn die Buttons habe ich so konturiert. Warte, guckt es uns mal an. Hier. Also da oben kann ich nichts ändern. Das muss gleich bleiben. Auslöser und Movie-Taste. Und zwar hier auch Augen wechseln. MFN brauche ich kaum beim Filmen, aber habe ich halt so gelassen. Dann aber AF-On. Da kann ich Servo AF pausieren oder durchgehend laufen lassen. Also wenn ich jetzt hier was aufnehme, dann habe ich hier mein Servo AF. Ich hoffe, das kriegt er irgendwie hin. Okay, das war jetzt gerade voll der krasse Vorführeffekt. Das hat nämlich nicht so funktioniert, wie ich es funktionieren sollte. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Und wir gehen mal wieder auf den C1. Nee, C1 habe ich gesagt. So. Und zwar habe ich bei Movie-Servo AF aktivieren, habe ich nur Erkennen. Und wenn man das nur Erkennen drin hat, also hier habe ich ja, dass er generell nicht so schnell nachführen soll. Aber wenn man das nur Erkennen dran hat, dann hat er was erkannt. Gucken wir einfach mal die Aufnahme. Und halte meine Hand davor. Es passiert einfach nichts. Keine Ahnung warum. Weil er halt irgendwie nichts erkennt. Und jetzt gehen wir hier rein. Und machen hier nur Erkennen oder Erkennen Prio. Wie auch immer. Das ist aber die Lösung des Problems. Jetzt kann ich meine Hand davor halten. Das dauert dann immer noch ganz lang. Aber er führt nach. Jetzt bin ich ein bisschen zu nah dran. Er führt aber nach. So nehme ich die Hand wieder weg. Führt er nicht nach. Und jetzt klicke ich da oben auf meinen AF-On-Button. Dann sagt er Movie-Servo AF unterbrochen. Das ist auch hier unten. Könnte ich auch per Touch machen. Und jetzt führt er eben nicht nach. Das liegt bei mir auf dieser Tasche. Gut. Auch ich lerne eben immer noch was zu. Und auch diese Einstellungen sind generell im Fluss. Also das sind auch meine Einstellungen. Andere Leute brauchen bestimmt was anderes. Aber ich zeige dir einfach, wie ich meine Einstellungen gemacht habe. So. Taschen anpassen. Dann Menü kann man auch. Fokusfeld in die Mitte setzen. Hier Fokusfeld steuern. Also genau gleich wie bei Fotos. Weil ich ja auch beides mache. Da muss ich mich nicht umgewöhnen. Mein Menü hast du ja auch schon gesehen. Also viel mehr gibt es dann eigentlich auch gar nicht zu sagen. Gut. Hier können wir das ja doch so machen, dass er mein Menü anzeigt. Aber das ist ja für mich. Hier kann ich eben hohe Bildrate. Also hier kann ich Zeitlupe einstellen. Aktivieren. Und dann kann ich auch hier wieder im FN-Menü. Kann ich hier wieder einstellen, was ich haben möchte. Ob ich 180 Bilder die Sekunde haben möchte. Oder ob ich 120 Bilder die Sekunde haben möchte. Und dann Movie beschneiden. Eben hier guck. Da ist das Bild eben viel größer, weil ich im Crop-Modus bin. Das habe ich hier drin. Weil das kann man doch alles mal brauchen. Genauso wie Bildstabilisator kann ich hier erweitert und einmachen. Wobei das habe ich auch hier drin guck. Also das ist doppelt gemoppelt. Das ist eher für den Foto-Modus. Und da sehe ich eben auch, wie er croppt. Je nachdem, wie stark stabilisiert werden soll. Gerade formatieren kennt man schon. Zeitraffen Movie hier ist aktiviert. Und dann kann ich eben noch C-Log einstellen. Ein oder aus. In der Regel habe ich auch C-Log aus. Zugegeben, das wurde jetzt doch ein bisschen längeres Video. Aber es war eben ein kompletter Schnelldurchlauf durchs Menü. Und meine Einstellungen, so wie ich sie jetzt nehme. Wie gesagt, die sind im Fluss. Manchmal ändere ich was aus. So wie sie jetzt sind, bin ich schon eine ganze Weile damit unterwegs. Und bin eigentlich glücklich damit. Das kann sein, dass du ganz andere Einstellungen brauchst. Aber du weißt jetzt ja, was man einstellen kann. Und vor allem, wo man es einstellt. Also einfach die Kamera so lange rumkonfigurieren, bis es für dich passt. Und wenn es nicht passt, ändern wir es eben wieder. Denk noch an Fotomundus. Wie gesagt, die Links findest du unten drunter. Ich habe auch eine ganze Playliste zu EOS R8. Die finde ich dir hier. Da es jetzt meine Kamera ist, wird bestimmt noch ein bisschen was kommen. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Es gibt auch einen ganzen Blogpost zur Kamera. Die finde ich dir hier. Hier noch mein letztes Video. Und dann sind wir uns schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.